Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es aber kurz um die Leatherman Schere. Ich will jetzt hier keinen extrem Missbrauch mit dem Ding betreiben, sondern also noch nur ein paar kleine Schneidtests machen. Mein Bruder wird mit Sicherheit dann in dem bald folgenden Video darüber berichten können über extreme Schneidaufgaben der Schere. Zum Beispiel leider sehr oft hier im Schwarzwald im Frühjahr immer an Motorradkombis, die wirklich extrem robust gebaut sind heutzutage. Da werden wir jetzt sicher mehr von. Aber ich habe gedacht, ich habe hier ein paar Materialien gefunden, die wir auch mal durchprobieren können, was wahrscheinlich keine große Herausforderung für die Schere ist. Aber ich bin selber gespannt. Ich habe es auch noch nicht probiert. Darum quatschen wir nicht lange rum und probieren doch einfach mal von leicht zu schwer. Fangen wir an mit so einem einfachen Stück Papier. Das hört sich so einfach an, aber daran scheint manche scheitern schon. Manche Scheren, weil das Papier sich einfach zwischendurch faltet, weil die Scheren nicht eng genug sind oder nicht scharf genug oder wie auch immer. Aber hier sieht man noch mal schön, hier gibt es extreme Rillen noch drauf. Da wo es sich jetzt spiegelt, da sind wirklich komplett Rillen eingefräst, die wirklich extrem scharfkantig sind. Hier haben wir eine Schräge, die sehr scharf ist. Darum sage ich mal ein ganz einfacher Schnitttest Papier. Funktioniert das überhaupt? Ja, das geht. Es gibt manche Scheren, die können dann vielleicht einen dicken Stoff schneiden, aber bei einem Papier faltet sich das Papier dann so rein. Ja, also Papier schneidet es ohne einzufalten. Papier geht. Dann habe ich hier noch so einen Karton, wie man ihn als so ein, wenn man ein Hemd kauft, dann ist immer noch ein bisschen Karton dazwischen. Also das ist ein recht dünner Karton. Das geht natürlich noch besser, weil da ist, so was faltet sich nicht so schnell wie so ein Papier. Ja, da ist natürlich eine Papierschere mit dünneren Klingen. Für Papierarbeiten eine feinere Geschichte. Hier habe ich so eine circa 1 cm starke Schaum-Gummi-Matte. Die sind so zwischen elektronischen Bauteilen liegen die als. Ich wundere, dass diese Rettungsscheren immer so eine kurze Schneide haben. Aber das geht prima. So zwei zusammen, zwei Zentimeter von dem Zeug. Geht auch okay. Hier haben wir so eine Bläschenfolienverpackung. Da kann man prima was drin verpacken. Nehmen wir hier am besten gleich mal doppelt. Ja, da faltet sich auch nichts ein oder um oder so. Das geht hervorragend. So, mit was machen wir hier weiter? Hier, meine Frau hat mir noch ein Stück Filz gebracht. Das soll ich bitte nicht kreuz und quer durchschneiden. So ein bisschen am Rand hier die Feinheiten weg. Richtig dickes Filzmaterial. Was ja auch richtig blöd zum Schneiden ist. Wenn du da eine lausige Schere hast, knickt das ein. Dann haben wir hier mal einen sauberen, geraden Schnitt hier rein. Dann kann sie den Rest nämlich noch verwenden. Na ja, gerade ist so eine Sache mit so einer Schere. Aber das geht hervorragend. Da klappt nichts ein. Mal ganz langsam. Also wir haben hier wirklich sauber an der Schnittkante. Auch dicker Filz. Es gibt eine schöne Summerei. So was haben wir hier noch. Ein Ledermuster war das. Aber ich glaube, das ist ein Kunstleder. Ja, das ist ein Kunstledermuster. Auch hier. Selbst wenn man mal langsam macht. Kein irgendwie dazwischenklappen. Hier haben wir natürlich an der Achse. Da kann man natürlich auch nachstellen. Sollte da mal ein Klingenspiel sein. Hier haben wir eine Torx Schraube. Das ist natürlich feine Geschichte, eine Torx. Also man kann nicht so lieber in einem Messer so durchschneiden. Das ist schon Schneidvergang. So hier haben wir nochmal. Das behalten wir uns mal zum Schluss auf. Ah, hier haben wir noch ein Stück Karton. Dicker Karton. Sogar noch schön mit Klebeband drumherum. Ja, da muss sie schon ganz schön beißen. Ging bis jetzt am schwersten. Sollte man nicht glauben. So ein Wellkarton. Ja, vieles hatten wir schon. Hier haben wir dann noch eine Jeans. Kommt wahrscheinlich auch sehr häufig vor. Im Rettungseinsatz, dass man Leuten die Hosebeine aufschneiden muss. Ja, das geht auch gut. Kann man das vielleicht irgendwie beschneiden. Naja, da kann man sogar ohne Schneidbewegungen die Schere fast durch die Hose kreisen. Aber die hat hier wirklich solche ganz viele feine kleine Zacken auf dieser Schneidfläche, die jetzt hier unten glänzt. Hier ist alles voller. Das geht hier bis scharf kannig an die Ecke. Das heißt, wir kommen von oben mit einer glatten Schneide auf diese hier unten mit den Zacken. Aber trotzdem ging sie noch gut durch den Schienenstoff durch. Schneiden hervorragend. Aber du kannst das hier auch glatt durch die Hose durchreißen. Also so eine dünne Jeans hat absolut kein Hindernis. Oh ja, das gibt es schön sogar bei hier. Freut sich Maria beim Aufräumen. So, dann haben wir hier noch ein altes Baumwoll-Poloshirt von mir. Mal gucken, wie sich das macht. Da ist nichts mehr mit irgendwelchem Elastan drin oder so. Auch hier war das, das war mal leicht elastisch. Aber selbst hier kannst du das, das wälzt sich dann zusammen. Aber schneiden ist kein Problem. Ja, man kann sogar besser wie schneiden. Wenn man Schneidbewegungen und das Ganze noch drückt, dann geht es sogar noch flotter hier durch. Also auch das so ein Baumwoll-Shirt, wo leicht elastisch ist, stellt da keine große Herausforderung für die Schere da. Okay. Und jetzt haben wir hier noch ein kleines Stückchen Leder. Richtig dickes Leder. Hier sollte ich auch ein bisschen sparsam rumschneiden, weil Maria will sich da noch einen Schieß zum Bogen schießen. Da würde ich mal sagen, wo haben wir eine lausige Ecke. Das sieht einfach, dass ein bisschen recyceln hier kann. Nehmen wir mal hier raus. Das sieht nicht so schön aus. Gucken wir mal richtig dickes Leder. Oh, das geht noch relativ gut. Ich muss sagen, der Karton war noch am zähsten zu schneiden. Ja, das geht ja hier durch die Butter. Selbst hier so ein dickes Rinderleder geht hervorragend. Da hätte ich eher gedacht, dass es hier ein bisschen klemmt. Aber am blödesten war noch der Karton mit den Klebestreifen drauf. Cool. Ne, also Stoff, Leder, Filz, Papier, Karton. Das ist jetzt hier das dicke Leder doppelt. Vielleicht können wir jetzt noch vierfach nehmen für einen Schnitt. Vielleicht hätten wir gleich machen sollen. Drei Stücke, das vierte noch drauf. So richtig dick, das ist dann auf jeden Fall dicker wie ein Motorradlederkombi. Und hier geht es eigentlich spielend durch. Ja, schon eine ganz kräftige Schere hier diese Leatherman. Zum zusammenklappen und zumachen. Das eine so rum, das andere andersrum. Ne, beide nach außen. Dann kann man die wieder kompakt irgendwo rein machen, verstauen oder zurück in das Holster. Ja, ok. Ein paar kurze Schneidtests. Leder, Baumwolle, Jeans, Filz, Kunstleder, war das kein Problem. Ja, Karton mit Klebestreifen drauf komplett. Riesig als ganz schön zäh. Schaumgummi, Bläschenfolie. Papier, dünner Karton. Alles kein Thema für die Leatherman Raptor. So, danke für das Reincep. Wir werden kommentieren. Wie gesagt, tschau. Bis zu Video Teil 3. Wenn man dann mal vom Profi Erfahrungen von der Front im Straßenverkehr und zu Hause erfahren. Ok, bye bye, macht's gut. Prost, bis zum nächsten Mal. Ja. Spannend.